Ich bin Lena Lege, mache Leichtathletik und bin Nachwuchtsportlerin des Monats März. Also jetzt im Moment kann ich mir ein Leben ohne Leichtathletik gar nicht vorstellen, da es schon einen ziemlich großen Teil in meinem Leben auch einnimmt und es macht mir auch sehr viel Spaß. Ich denke, ich bin schon ein ziemlich ehrgeiziger Mensch und dass ich dann auch, wenn ich was möchte, dann gebe ich auch alles dafür, dass ich das erreiche. Aber in gewisser Maße will ich dann manchmal auch ein bisschen zu verbissen und ärgere mich dann auch manchmal ein bisschen zu sehr bei mich selbst, wenn es dann nicht direkt klappt. Also meine größten sportlichen Erfolge sind, dass ich im vergangenen Jahr dritte über 300 Meter bei den Deutschen Meisterschaften geworden bin. Dann mit meinem Team LAC Berlin konnten wir Deutscher Meister werden über die 4x100 Meter Staffel und in diesem Jahr konnte ich mir in der U20 bei den Landesmeisterschaften den Titel über 200 und 400 Meter sichern. Das macht riesen Spaß mit dir. Er ist ein lebenslustiger Mensch und sehr, sehr diszipliniert. Das ist, glaube ich, auch die Grundlage für ihre super Leistung. Meine Ziele sind jetzt kurzfristig auf jeden Fall, dass ich nach Italien zu den 18. Europameisterschaften fahren kann. Und langfristig ist, glaube ich, bei jedem Sportler irgendwann mal Olympia. Langsprint Dehnung Tierärztin Faultier Aufregend, sportlich und lustig 2024 Wählt jetzt euren Nachwuchssportler des Monats April. Bis zum 31. März könnt ihr noch abstimmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.